Salut et bienvenue bei fit für Franze. Heute zeige ich dir die Possessivpronomen le mien, le tien und ihre Verwandten. Du lernst den Unterschied zwischen Possessivbegleitern und Pronomen kennen und ich zeige dir, wie du garantiert dabei alles richtig machst. Allons sie, los geht's! Amélie und Franck sind stolz auf ihren Hund Bonnard und die Schildkröte Amandine. Mon chien Bonnard, ah oui, le mien est très intelligent. Mein Hund Bonnard, ja, meiner ist sehr intelligent. Et ta Tortue, la tienne, est aussi intelligente. Und deine Schildkröte, deine, ist auch intelligent. Die Possessivpronomen le mien, la mienne, le tien, la tienne darfst du nicht mit den Possessivbegleitern verwechseln. Das sind die Wörter Mon mamé, Tantaté und so weiter. Diese stehen als Begleiter immer mit einem Nomen zusammen. C'est mon chien, logisch, sie begleiten eben. Die Possessivpronomen dagegen ersetzen einen Possessivbegleiter und das zugehörige Nomen. Anstatt zu sagen C'est mon chien, kannst du sagen. C'est le mien, das ist meiner oder das ist der meinige. Das klingt etwas altmodisch und umständlich. Oder C'est ta Tortue, ist das deine Schildkröte? C'est la tienne, ist das deine? Wörtlich, ist das die deinige? Die Possessivpronomen richten sich in Geschlecht und Zahl immer nach dem Nomen, das sie ersetzen. Sie stehen immer mit dem bestimmten Artikel. Der Begriff Possessivpronomen bedeutet, ich stehe für etwas anderes. Das nennt man ein Fürwort. Und Possessivpronomen bedeutet, ich stehe dafür, einen Besitz oder eine Zugehörigkeit auszudrücken. Meiner, deine, ganz klar. Wenn ich nur einen Besitzer habe, lauten diese Possessivpronomen Le mien, la mienne. Les miens, les mien. Meiner, meine. Le tien, la tienne. Les tiens, les tiennes. Deiner, deine. Le sien, la sienne. Les sien, les siennes. Seiner oder ihrer. Seine oder ihre. Das kommt ganz auf den Besitzer an, wie man das Pronomen übersetzt. Also, wenn ich jetzt auf Bonnard zeige, sage ich, c'est son chien, das ist ihr Hund, der von Amélie. C'est le sien, das ist ihrer, denn ich brauche Masculinum Singular für sans chien. Nehmen wir aber mal an, Bonnard wäre der Hund von Franck. Dann müsste ich wieder sagen, c'est le sien, würde aber auf Deutsch übersetzen, das ist seiner. Ich sage ja auch wieder, c'est son chien, das ist sein Hund. Im Französischen richtet sich bei Besitzanzeigenden Begleitern und Fürwörtern die Form in Geschlecht und Zahl immer nach der Sache, nicht nach dem Besitzer. Eigentlich ist das sogar leichter als im Deutschen und Englischen mit sein, ihr, his und her. Wenn du also den richtigen Possessivbegleiter gefunden hast, kannst du aus der Tabelle das zugehörige Possessivpronomen entnehmen. Also, das ist seine Schildkröte, la tortue ist Femininum Singular, c'est sa tortue. Was passt da als Possessivpronomen? C'est la sienne, das ist seine, auch wenn die Franck gehört. Die Familie Frimeur ist richtig stolz auf ihren Hund Frédéric. C'est notre chien, c'est le notre, das ist unserer. Siehst du beim Schreiben den Unterschied? Bei le notre gehört ein Accent circonflex auf das O. Und hör noch mal genau hin. Notre chien, le notre. Einmal spreche ich das O offen, einmal geschlossen. Ebenso wäre das bei votre chien, le votre. Ihr oder euer Hund, der eure oder der ihre. Mehrere Besitzer, eine Sache. Und die Frimeur sind so hundbegeistert, deshalb haben sie auch noch Oskar und Bruno bei sich aufgenommen. Ce sont nos chien, ce sont les notre, das sind unsere oder die unsrigen. Die Possessivpronomen bei mehreren Besitzern lauten also le, la notre, les notre. Der, die unsere, die unseren. Hier brauchen wir im Plural nicht zwischen Maskulinum und Femininum unterscheiden. Le, la vôtre, les vôtres. Eurer, ihrer oder ihre. Und in der dritten Person, le leur, les leurs. Im Plural mit S. Erinnerst du dich noch, wenn ich über die Frimeur zu Hause erzähle, sage ich, c'est leur chien, das ist ihr Hund. Mehrere Besitzer, eine Sache. Oder ich sage, c'est le leur, das ist ihre. Bei mehreren Sachen sage ich, ce sont leur chien, leur mit S. Aufpassen. Und ebenso beim Possessivpronomen, ce sont les leurs, das sind ihre. Denke an das S. Aber keine Angst, im Gegensatz zu den Possessivbegleitern, die du ja schon sehr lange kennst, werden dir diese Possessivpronomen im Schulunterricht nicht allzu häufig begegnen. Hauptsache, du hast sie aber schon mal gesehen. Und übrigens auf die Frage, ce gâteau, il est à qui? Wem gehört der Kuchen? Antwortet Minou, statt mit, c'est le mien, als französische Katze, besser mit, il est à moi. Der gehört mir. Das ist viel gebräuchlicher. Voilà, das war's schon. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über euren Like. Merci et à bientôt bei Fit für Franze. Bis zum nächsten Mal.